ich kann zuerst als einstellen er hat dann mal karte herstellen so wir waren dass wir haben jetzt Autolot auf der linken Seite wir brauchen die rechte Seite und dann die Stadt Autolot der ist natürlich nicht gut gut oben aber immer schon hinten genau interessant interessant ja ist es der lebt die ziemlich weit hinten auf so und andere baum wenn nicht umfallen gibt ihm einen Schöpfer der da drüben der da drüben der muss aber raub fallen ach du kacke jetzt fällt er endlich katt du katt du katt ja 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 unser helfer ist gleich vorher gehst du mal ja ja moment helfer hat eine vollen Korntank soll es ja dass du die Anmeldung kriegst ja links oben das ist ja selbst bei Dings ja bei Inspektor ähm das habe ich auch bei Inspektor gesehen und dann später ist er es voll gewesen ja ach dummer Typ hallo 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 guck mal die noch kriegen da kaum rauf Junge guck mal die noch kriegen da kaum rauf Junge warum geht das denn halt dann halt nicht dann wollen wir anders dran fahren da jetzt gehts sooo aber belandet scheiß baum du scheiß baum du wir haben rechte Seite der Hammer ja du musst halt noch mal neue Tricke nehmt er nicht nehmt er nicht zu lange zum klump mal das in kreis schalten nehmt er nicht ok start stopp start stopp stopp dann bleib oder der Pfeffer wächst sind mir doch egal hier ist die Hand hier zu lang steuert nochmal ab dann testen wir nochmal da ich sag's doch ok habt ihr was wir hier für ne umbauten mal da weil die Reifenspuren ja alles kreuz quer das sieht aber auch jetzt ein bisschen realistisch aus mit Reifensprungen ja sieht so aus als wäre es eingedrückt kann man machen jetzt ist man am aber noch weit von anderen Spielen entfernt das das ist auch nur ein Simulator wir können mal gleich ja was machen wir mit dem Holz jetzt Verkauf wir wollen das heißt wir könnten eigentlich rein theoretisch gleich in die Richtung fahren immer geradeaus dann kommen wir genau zum Segelmüll ich würde sagen fahr mit aber das geht ja wieder mit vor allem würde der schlecht werden bei weiter Fahrweise ja fände ich eh gut aber das sind nicht mal wirklich Multiplayer fahren es ist schon armselig ja bisschen besser hätten sie es machen können ich meine wir sind jetzt schon im Jahre 2016 eingekommen 2017 jetzt schon und die kriegen es einfach nicht geschissen bekommen wo alle Dinge die alle Menschen wollen so schwer kann das echt alles selber also egal ob du jetzt bei Counter-Strike bist oder LS bist Community hat immer ne Liste von Dingen die sie gerne haben möchten schon die ganze Zeit die Entwickler nie umsetzen werden ja sie werden das ich glaube nach und nach umsetzen damit sie jedes Jahr was Neues haben und was Neues präsentieren können so glaube ich eher dass das ist wir haben dieses Jahr Neues Präsentiert es gibt Schweine ja haben wir auch wollten ja auch viele haben so ist er nett ja das stimmt wohl und es sieht alles ein bisschen noch realistischer aus eben deswegen aber so richtige Erneuerungen gaben nicht wir haben eine neue Map gemacht ja super wie viele Maps gibt es denn von LS schon weitaus bessere für diesen Kack hier wenn man ehrlich ist ne also wirklich schöner Sinne das ist das Problem man zahlt da Geld dafür und eigentlich ja hat man nicht viel was Neues man kauft halt trotzdem alle zwei Jahre ja es ist ein Zwang vergesse nicht grob beim Zwang das ist halt echt so irgendwie soo bist du immer dumm oder ob du es nur immer dort drüben da ja ja bin nur hier irgendwie dämlich noch rum fahren ja dann fahren wir mal wieder nach Hause ich hab dort drüben einen Baum gefällt aber mehr oder nicht ey warum fällst ein Baum das hab ich vorhin gemacht weiß ich aber nicht mehr wo er ist doch dort oben ja da kommen wir nicht mal ran da doch aber kein Kalenderfahrzeug hier bin ich umgepippt bist du schuld so F1 wir brauchen rechte Seite ich will dir sehr schön deine Spanngurte die sehen so richtig geil aus die vielleicht mal ablösen ja das ist eigentlich so mein ganzes Meisterwerk boah hast du ja viel geschafft in zwei Folgen hä ich hab den Helfer umgesetzt und was hast du gemacht? ich hab Holz abgefüllt ich hab einen Baum gefällt ich zwei siehste ich hab den Helfer noch gedingt und ich hab du fährst zu schnell dann fahren wir halt wieder zum Hof mit dem Holz mit dem Holz wir brauchen doch nicht für alle Tiere Heu oder? ja das werden wir jetzt dann auch mal durchgehen wenn wir am Hof sind was wir brauchen, was wir nicht brauchen soll ich auch zurückkommen? ja das Problem wäre ja nicht dass wir Heu brauchen das Problem wäre nur die Geräte zu kriegen dafür wir haben immerhin nur schon Minus eben es wird nicht mehr nur Minus mehr es wird mehr aber negativ und das ist nie gut nicht unbedingt irgendetwas man macht falsch ja ich mach alles falsch wir müssen unser Konzept überarbeiten wir haben zwar keines aber unsere Sojabohnen könnten wir verkaufen wir haben zwar kein Konzept aber das müssen wir überarbeiten ich habe ein Konzept blöd zu machen ja wir könnten jetzt die Sojabohnen verkaufen dadurch Klima Geld ja erstmal warten bis er fertig ist oder? ja ist fertig in ganz Welt er ist auch noch nett aber bewegt sich doch eben ja ist gleich so wir wollten machen wir sowas fliegen sehen ja ich muss ja erstmal gucken wo das ist in der Hilfe ja das weiß ich auch aber es kebt euch rein was sei da oben? Tiere Hilfe so Schweine brauchen eine große Fiefer an Futter darunter Mais Weizen Gerste Raps Sonnenblumen Soja Kartoffeln und Zuckerrüben ne also fressen halt so Schweine können das schon mal machen alle möglichen Arten Kühe brauchen halt Gras, Heu, Silage ja das ist zu viel Schafe ja Schafe ist mit Wolle Schafe brauchen Gras das heißt Schweine können wir machen ja wir hätten halt noch Hühner die machen nichts ja Eier aber das ist ich glaub aber Schafe machen halt Wolle ja aber kosten hat auch Heu das meint haben noch das heißt ich würde sagen wir fangen ja mal mit Schweine an ja so wo wo können wir eine Schweine kaufen wir brauchen Schweine 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 kann man kaufen ich glaub ja so wie ich grad wo ist nach die Hand auch ich bräuchte natürlich nur einen ordentlichen die Transporte das gibt's gar nicht naja schon ich bin ich jetzt sehen die wo ganz Tiere kaufen ich vermute ja dass wir da in die Tierhandlung müssen und direkt dort kommen gibt's doch wo gibt's denn bitte eine Tierhandlung Tiere achso oh doch da ne sind keine Tiere ne das ist nur das ganze Kacke und halt so ein Tiertransporter nur die kannst ja auch wie wärs wenn wir einfach in der Hilfe nachschauen Transport du kannst die Tiere selbst mit deinem Viehtransporter zum Hof bringen dazu musst du für eine gewisse Gebühr kannst du dir die gekauften Tiere auch zum Hof fließen das heißt wir müssen jetzt mal einen Ort finden wo wir die herkriegen dat wird's sein beim örtlichen Viehhändler kaufen genau und ein Bahn Shop da unten siehst du da ist ne Kuh sind das nicht die Kühe? ne das wird da sein oder ne das ist die oder die Kuhweide nein die Kuhweide ist oben ne doch ne oben ist die Schweine komm lass uns einfach mal in die Stadt fahren spielen da rein dann kannst du ich kann nicht mitfahren aber das ist schon mal gut was haben wir ansonsten? haben wir ne schnellen Fahrzeugen? ja nur den LKW kann ich nehmen das hat alles ewig kannst ja abhängen ja ja blinken so ein Umfeld was ein wildes Straßenrenn hier weißt du schon dass wir nur pünkt du hast doch gegen einen Baum gefahren ich hab dich abgedrängt ne ich mich selbst ich dachte ich war von links dran vorbei daraus wurde wohl nichts ha ja wir hätten eigentlich rein drittisch hoch fahren müssen wo die Dings war das Schweine und die Dicke oder? ne wir müssen ja zum Viehhändler ja wo ist der? ja wo müsste ich fahren? vielleicht beim Shop irgendwo hallo hui fast wäre ich umgefallen war hier eh die ganze Zeit irgendwie Mist LVG hat die Arbeit erfolgreich beendet ob sehe ich jetzt die Beendungsmeldung jetzt sei froh ja hier kann man ja hier siehst du die Kuhwelde wahrscheinlich kann man direkt vor Ort von der Kuhwelde nee das ergibt keinen Sinn kannst du? warte nicht doch ahnen naja hier kannst du nur Kühe hin transportieren das heißt wir müssen irgendwo die Kühe kriegen und da kann man sie hin transportieren ja oder halt in Servicemail ähm wir haben beim Shop ne was gibt es dann? B in die Scheune da ist das Lager wir haben das was ist da bei uns zu Hause? da ist ein Hühner Hühnerstall Tankstelle wir haben Mary's Farm vielleicht bei Mary's Farm ne Denton der Mary's Farm ne wo wissen das